Das ist der Schrei. Dass der erste Schrei eines jungen Erdenbürgers außer anderen vernünftigen Maßnahmen auch die Automatik einer Kamera auslösen kann, erlebten wir in der neuen Entbindungsklinik in Düsseldorf-Benrath. Dort erblicken unsere jüngsten Mitmenschen mit dem Licht der Welt zugleich auch das Blitzlicht dieser Spezialkamera. Obwohl das in wenigen Sekunden fertiggestellte erste Konterfei nicht immer schon Spuren künftiger Schönheit wiedergibt, wird diese Methode der Identifikation von allen außer den Babys begrüßt. Denn sie schließt nahezu jede bisher mögliche Verwechslung der Babys aus. In Benrath kann jede Mutter sicher sein, dass sie wirklich ihr eigenes Kind in den Arm gelegt bekommt.